A dreamer's not a fool, I'm just a dreamer, break in every room, I come from the wild side, a dreamer's not a fool, I'll paint the rainbow, just believe the true light. Das ist wertvolle, schöne, kreative, gehaltvolle Musik, die da passiert. Mit den Soulmates zu spielen ist eine zeitlose, aufregende und ehrenvolle Aufgabe zu bleiben. Was wir machen, ist ein sehr, sehr, sehr hohes Level und ich liebe es. Und alle helfen sich auch, es gibt keine Egos in der Raum, ich bin stolz, ich bin stolz, ich bin stolz, ich bin stolz. Es ist toll, mit den Soulmates zu spielen, ich liebe es. Ich liebe es, dass wir guter Musik spielen. Musik Musik 30 Jahre Romance heißt, dass da Dekaden zusammengekommen sind, die letztlich für Musik verantwortlich ist, die es in dieser Form so nicht mehr gibt. Diese Fusion, die alles zusammenbauen, macht eine sehr interessante Kombination. Musik 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 Vielen Dank. What a British legend. On and on, from all and more, heaven is a place for no one or everyone. On and on, from all and more, heaven is a place for no one or everyone. It's always a pleasure to get together with all these phenomenal named musicians from great bands. Leslie has assembled the best of the best, which is remarkable. Leslie has an amazing talent beside of being a musician. He has a gift of uniting people, bringing people together. He's got that white vision. Thank you. Thank you. Musik Musik There's so many styles coming together, so many influences all mashed together and it just creates this new sound. Musik Soulmates means just the vibe as friends, really friends, and that's what Leslie kind of strives for. Musik Das ist sehr, sehr anspruchsvoll, was da passiert. Diese Stilistik, die muss man spielen können. Und deswegen sehen wir auf der Bühne eine ganze Reihe von musikalischen Experten. Musik 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 Ich war wirklich schockt, wenn ich die Calle habe. Leute, All-Stars, real All-Stars, Leute, wie viele, wie viele Tons von Rekord-Sold und Grammys und Awards, und einfach, ich würde sagen. Lesley Manduki kam zu New York City, kam zu meinem City. The music of the Soulmates is really an invention of Lesley. It's really a culmination of his influences, some of the jazz rock scene, but he's got a very strong pop sensibility, and he merges all of that together. And also, what makes it different is that he's also a vocalist, and he's got a commercial mind, at the same time that he has a very progressive mind. Und wir brauchen ja oft jemanden aus dem Ausland, der uns erklärt, wie unser Land eigentlich funktioniert. Und das ist jemand wie Lesley Manduki, der diese fantastische Band zusammengestellt hat. Du hast diese Soulmates vorangebracht. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man sieht, wer da alles dabei war, Chaka Khan, Mick Hagnall, Robin Gibb, Peter Maffay, Udo Lindenberg, Sensationell. Dir ist etwas gelungen, was kaum einem gelingt. Zwei beeindruckenden musikalischen Jubiläen. Lieber Lesley, lieber Soulmate, wünsche ich dir von Herzen alles Gute. Deine Soulmates waren und sind eine Allstar-Band der Extraklasse. Dann sage ich einfach mal Thank you, ne? Thank you. Eine ganz, ganz große Geschichte, die er in den letzten 30 Jahren aufgezogen hat. Ja, lieber Lesley, ich habe es auch vorhin schon gesagt. Ich danke dir herzlich, dass du uns alle zusammengebracht hast für diesen wunderbaren Abend. Und ich denke öfters an das Jahr 1975, als wir uns das erste Mal trafen. Ich hätte mir das nicht vorstellen können, dass es der einst zu so einem tollen Treffen kommen könnte. Herzlichen Dank für all dieses, die Freude, die du uns beschert hast. Dankeschön. What a day for a day dream, what a right to the secrets of life, fly home with the rainbow. Sometimes in the river, all the time. What a day for a day dream, what a day for a day dream, what a right to the secrets of life, fly home with the rainbow. Das ist ein Tori Handels von Rock in New York, Andy Bauerer von New York City, Tobi Kaye von Los Angeles, Julien Matoke, inzwischen das Bundesfest, wie schön. Von Toronto, David Clayton Thomas, Bob Kimberl von Los Angeles, Chris Thompson, Nick Vanee, der legendäre Brandy Brecker, Joan Halliwell, Bill Bronner, Bill Evans, and Klaus Goldinger. Mein Damen und Herren, vielen herzlichen Dank, guten Nacht. 1, 2, 3, 4! Mir ist aufgefallen bei dieser Tour, dass es tatsächlich insgesamt noch gewidmet war und tatsächlich auch ein bisschen inniger noch vonstatten ging, auch auf der Bühne. Diese Band hat schon sehr viele Dezibel auf den Bühnen dieser Welt so verbreitet. Und Lautstärke, das kann sie, aber das ist gar nicht die Kunst. Die Kunst ist es tatsächlich, nach so vielen Jahren zurück in die Essenz zu gehen. Von der habe ich bei dieser Tour insbesondere wahnsinnig viel mitbekommen. Wir all look to Leslie, aber alle, als Leder, alle verstehen die Mechanik von der Show so extravagant. Also, alle arbeiten wirklich gut zusammen. Wir alle sind wirklich sehr stolz von uns, als sie wirklich soulmates sind. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020